So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kummerkasten TV. Heute an einem sehr speziellen Ort. Der Mick wird jetzt hier umgebracht. Ich wollte es gerade sagen, es sieht schon aus wie so ein Keller, weiß ich nicht, bei Hostel Part 6 würde ich sagen oder so. Nein, wir sind hier unten, weil wir hatten folgenden Kummerkasteneintrag. Fahrradständer im Keller immer mit alten Fahrrädern besetzt, die keiner zu benutzen scheint. Und, wie wir sehen, immer noch der Fall. Wir sind da dran. Ich habe das dokumentiert. So richtig Sesselpupser-mäßig habe ich jeden Tag, wenn ich nach Hause gefahren bin, ein Bild geschossen von den Fahrrädern, die schon da standen. Ich wollte es gerade sagen, man ist natürlich dann schon so ein bisschen der ein bisschen ältere Herr, der Spießer, der in der Nachbarschaft immer alle Autos und so aufschreibt, oder der durch die Innenstadt geht und schaut, ob da auch überall der Inhaber auf den Geschäften steht und so. Das hat schon so etwas Spießerisches. Wie sagt man? Spießig. Spießig. Oh, hey. Vielen Dank für diese Sporteinlage. Nein, also wie gesagt, jetzt werden wir umgebracht. Ich habe. Nein, also wie gesagt, wir sind da dran. Wir haben es auf jeden Fall dem Vermieter schon mal weitergeleitet. Pätzen kann keiner leiden. Es hat ja schon was davon, das ist immer das, ich meine, wir ärgern uns ein bisschen, das eine oder andere Mal, eure Leute, die parken immer so schlecht und so und da regen wir uns darüber auf, wenn sich über uns so ein bisschen echauffiert wird und auf der anderen Seite müssen wir es aber auch machen. Also irgendwie, das schärft natürlich schon das Verständnis auch für andere. Also das widersträubt sich mir so sehr, aber es muss halt einfach sein, damit eben ein bisschen Recht und Ordnung passiert. Und das mit den Fahrränen ist halt echt ein bisschen blöd, weil wir halt nur eine begrenzte Anzahl an Ständen hier unten haben. Hä, giggidi. Aber wie gesagt, wie auch immer der Vermieter das zu lösen möchte, weil wir natürlich auch die Möglichkeit hätten, noch einen Ständer hinzustellen oder sowas. Wenn es ja wirklich vielleicht jemanden gehört, der hier drinnen auch wohnt oder sowas in dem Gebäude, das wissen wir ja nicht. Aber auf jeden Fall reicht halt die aktuelle Anzahl nicht. Ja, also ich glaube, es ist fast ganz gut so, wenn der Ruppi sagt, Mensch, wir sind da schon dran. Das ist super. Ich wusste jetzt davon nichts, aber das ist super. Und wie gesagt, man sieht auch, ich muss nicht so, da, so, man sieht halt auch, wir sind halt auch nicht die Einzigen hier. Das heißt, wir müssen, jetzt wird es gleich wieder dunkel, das heißt, wir müssen halt auch Rücksicht nehmen auf andere. Und dann gilt es halt meistens diesen normalen, wie sagt man, den normalen Rechtsweg zu gehen oder den Dienstweg zu gehen und zu sagen, okay, Vermieter, lieber Vermieter, hey, so ist es. Kannst du mal die anderen Mieter kontaktieren? Und dann geht das da wieder weiter und da wieder weiter und da wieder weiter. Und da muss man halt leider ein bisschen Geduld haben. Richtig. Läufst du mal kurz einfach im Kreis, dann sorgst du dafür, dass das Licht weiter anbleibt und ich sage noch eine Kleinigkeit dazu, nämlich die Fahrradstellplätze, die jetzt gewählt werden, sind auch nicht ganz optimal, weil direkt vorm Eingang bei uns im Fitnessstuhl ist halt eine Feuerwehrzufahrt. Und falls da mal wirklich was passieren sollte, ist es richtig, richtig blöd, wenn da Fahrräder stehen. Das heißt, entweder eben hier unten abstellen oder vorne am Eck beim Casino gibt es einen kleinen Motorrad- bzw. Fahrradstellplatz. Das wäre wirklich sehr, sehr cool, weil sonst ist eben die Feuerwehr-Zufahrt zugestellt und das, glaube ich, wird sogar für denjenigen, der parkt, teuer. Also bitte darauf achten, das wäre sehr, sehr nett.